hallo und herzlich willkommen zu diesem video ich freue mich über dein interesse muss aber gleich zu beginn gestehen dass ich mich zu der peinlichen schlamm packung von rtl moderatorin susanna ohlen eigentlich nicht zu wort melden wollte doch die weitere berichterstattung aus dem katastrophengebiet hat meine meinung dann doch noch geändert und so ist dann halt dieses video daraus geworden im von rtl mittlerweile gelöschten artikel wurde ein emotionaler appell menschen die gerne helfen möchten angekündigt dort heißt es oder hieß es weiter aufräumarbeiten nach flut rtl moderatorin susanna ohlen packt in badmünster eifel mit an rtl moderatorin zusammen packt mit an susanna ohlen mitten im geschehen sondern teilt aufnahmen aus badmünster eifeltal theater mit und schrieb zudem ohne jedoch quellen oder rost und reiter zu nennen dass zahlreiche prominente helfer ebenfalls mit anpacken und so die menschen vor tatkräftig unterstützen eine prominente benannten sie dann doch und das war die eigene moderatorin susanna ohlen dabei so der bericht von atl hält sie ihre community im netz auf dem laufenden dafür teilt zusanna innerhalb ihrer instagram story erschreckende videos und bilder die das ausmaß des unwetters zeigen so viel an dieser stelle zum rtl berichte den ich allerdings nicht mehr wie sonst bei mir üblich in der video beschreibung verlinken konnte da der artikel von rtl wie bereits erwähnt gelöscht wurde ganz fertig bin ich mit dem thema dann aber doch noch nicht denn ich möchte gemeinsam mit euch noch kurz einen blick auf das instagram profil von susanna ohlen werfen um zu sehen was sie dort alles an bildmaterial zu ihren tagelangen arbeitseinsätzen gesammelt hat ja und hier bekommen wir diesbezüglich nicht wirklich viel zu sehen alles was von ihrer knochenarbeit übrig geblieben ist scheint verschwunden zu sein dafür finden wir hier diesen post einer entschuldigung verpackten einem halbgaren erklärungsversuch frau schreibt unter anderem ich habe einen schwerwiegenden fehler gemacht ich habe mich vor den anderen hilfskräften an lissenburg geschämt in einem sauberen oberteil vor der kamera zu stehen daraufhin habe ich mir ohne zu überlegen schlamm auf meine kleidung geschmiert an dieser stelle kürze ich mal ab indem ich ihr die worte und bin dabei erwischt wurden in den mund läge wenn nämlich einen blick in das verräterische video wirft der kann sich mit dieser halbgaren formulierung auch nicht so richtig anfreunden denn erstens ich sehe in diesem video das wohl ganz kurz vor der schalte entstand keinerlei helfer vor denen man sich hätte schämen können zweitens warum sollte man sich überhaupt vor hilfskräften schämen wenn man zuvor doch tagelang vor ort mit geschuftet hat die menschen würden sich an sowas bestimmt nicht stören drittens warum macht man eine solche schalte nicht direkt aus der arbeit heraus dann wäre das absolut authentisch und man könnte sich sogar noch den ein oder anderen fleißigen mitstreiter als mikrofon holen viertens man legt sich an einem verhältnismäßig ruhigen platz alle materialien zurecht schreibt sich saubere handschuhe über und geht anschließend wie bei einem mäßig gelungenen youtube workshop vor für mich kam ja aber auch nicht ansatzweise ein emotionaler appell rüber und fünftens wenn man sich wie von frau ohlen beschrieben ohne zu überlegen schlamm auf seine kleidung schmiert und diese vorgehensweise kein normalfall sondern absolut verwerflich ist dann stellt sich doch die frage warum an dieser stelle nicht die beiden kollegen das denken übernommen und sich über das verhalten und die vorbereitungen von susanna ohlen empört haben warum stehen die beiden vollkommen entspannter und warten nur darauf dass es endlich losgeht vielleicht weil diese art der manipulation von meldungen im mainstream ganz einfach dazugehören und daher absolut nichts verwerfliches sind ich habe das immer stärkere gefühl dass journalistische ethik und würde zwar geprägt und vorgegaukelt werden diese den eigentlichen zielen der jeweiligen berichterstattung aber ohnehin nur lästig sind und daher im wege stehen hier muss sich jeder seine eigenen gedanken zu machen ich für meinen teil der die medien schon seit jahren beim tricksen täuschen und tarn beobachtet genannt sei hier beispielsweise die presse zur finanzkrise seit 2007 2008 zu stuttgart 21 zu den vorgängern in der ukraine seit 2014 zu den skandalösen machenschaften rund um julien auch so zur in transfer zur intransparenz in sachen ceter und titip zur nato zu russland sowie aktuell zur coronakrise etc pp ich sehe mich ein weiteres mal in meinem gesunden misstrauen gegenüber diesen medien bestätigt und bin mir sehr sehr sicher dass dies auch kein bedauerlicher einzelfall war entsprechend defensiv geht man in der übrigen mainstream presse dann auch damit um und berichtet eher lapidar über diesen vorfall oder stellt den eigentlichen eher peinlich wirkenden entschuldigungspost in den vordergrund googelt man susanna ohlen direkt dann erkennt man sehr schnell dass die formate die sich diesem thema widmen flach gehalten werden und harmlos sind ein google der wortkombination zu seiner ohlen und tagesschau vorhat dann auch das tiefe des interesse des mainstream nachrichten flagschiffs an diesem vorfall wieder alles was hier zu finden war ist das whistleblower video welches vollkommen unkommentiert beim kanal gepostet wurde dass sich ard nachrichten nennt ich war aufgrund des dürftigen formats und des jungen beitrittsdatum vom 8.7.2021 der irrigen annahme dass dies kein echter ARD-Kanal sei und postete einen darauf bezogenen text in die kommentare auf den die administratoren dieser seite mitten in der nacht zu meiner überraschung sehr schnell antworteten hier mal die kurze konversation ich habe kommentiert auch wenn die damen und herren des öffentlich-rechtlichen bestimmten kann dort besser sind aber das hier ist mit sicherheit kein offizieller ARD-Kanal schaut euch das video material und das youtube beitrittsdatum 8.7.2021 an dann sollte alles klar sein dann die ARD-Antwort kurze zeit später hierbei handelt es sich um einen neu gegründeten Nachrichtenkanal der ARD welcher ausschließlich der information durch die ARD Rundfunkanstalten sowie die Presseagenturen dienen soll diesbezüglich steht es ihnen auch frei sich bei der geschäftsstelle der ARD zu erkundigen diese erreichen sie via e-mail mit freundlichen grüßen ihr ARD-Team ich konnte mir eine antwort nicht verkneifen und schrieb wenn dem so sein sollte dann ist mit diesem peinlichen format tatsächlich einer tiefpunkt erreicht ich hatte schon angenommen das wäre nicht mehr möglich und damit zurück zum eigentlichen video denn ich gehe jetzt also mal davon aus dass die ARD hier tatsächlich ein weiteres format geschaffen haben in dem sie dann den vorfall susanna ohlen abgelegt haben weitere einträge zu dem thema und zur tagesschau waren nämlich nicht mehr zu finden man stelle sich jetzt aber nur einmal vor ein solches video material stünde dem mainstream von persönlichkeiten wie ken jebsen samuel eckart anselm lenz oder ähnlichen maßnahmekritikern zur verfügung die medialen dreckskübel die dann über diese menschen ohne unterlass und wochen oder gar monatelang ausgegibt worden wären hätten jedem demokratisch journalistischen rahmen gesprengt und zu einer hexenjagd geführt die man sich lieber nicht ausmalen möchte die mediale steilvorlage die meine hier aufgestellte these untermauert könnte aktueller kaum sein denn ohne jeden beweis ohne jegliches filmisches material oder den kleinsten bildbeweis zumindest habe ich trotz intensiver recherche nichts finden können wird aktuell wieder gehetzt dass ich die balken des galgens biegen an dem man den angeblichen mob baumeln sehen möchte googelt man nämlich thw beschimpft dann überschlagen sich die schlagzeilen zu diesem thema dass es einen gruseln kann und natürlich wie könnte es auch anders sein ganz vorn dabei sind die journalisten der tagesschau die sich anmaßen unbewiesene behauptungen als konkrete meldung und anklage zu formulieren aber warum auch beweise warum journalistische sorgfalt wenn man im verlauf der geschichte bereits ganze kriege beispiel vietnam jugoslawien sowie irak 1 und 2 mit unzähligen toten und verstümmelten zu verantworten hat auch diese kriege wurden ermöglicht weil unbewiesene und wie wir heute wissen erfundene vorwürfe als tatsache dargestellt wurden um so eine dann zu recht empörte gesellschaft für die schrecklichen kriege zu gewinnen die politik und journalisten die sich heute so sehr um das wohl und die gesundheit der menschen auf der ganzen welt sorgen haben sich bis heute ein dreck um das blut vergießen und um das leid geschert dass ihre und man muss es so klar sagen lügen verursacht haben und bis heute geht es so weiter und man schreibt bei der ard thw helfer beschimpft und angegriffen als wäre es ein bewiesener tatbestand nimmt man diesen zweifelhaften artikel ernst dann machen querdenker und prepper offenbar stimmung das geht dann so weit dass unsere helferinnen und helfer beschimpft werden wenn sie mit anfahrt wenn sie mit einsatzfahrzeug unterwegs sind werden sie mit müll beschmissen das sagt zumindest die vizepräsidentin des thw sabine lackner in der sendung frühstart von und jetzt bitte festhalten rtl ntv laut frau lackner die über eine unfassbare analyse fähigkeit und menschenkenntnis wohl auch auf distanzen von mehreren kilometern schließlich kann sie über nicht überall dabei gewesen sein zur verfügen scheint machen dort sogenannte querdenker oder menschen aus der prepper szene bewusst stimmung die welt meldet am gleichen tag zwar thw klagt über beschimpfungen polizei kann vorfälle nicht bestätigen doch wen interessieren schon lästige fakten oder zumindest widersprüche wenn man doch so vollkommen ungeniert und straffrei ohne einen beweis abbringen zu müssen menschen diffamieren und durch den buchstäblichen dreck ziehen kann menschen und bürger die dort sehr wahrscheinlich ohne hintergedanken helfen wollten die einer frau lackner und der regierung sowie den ja angeschlossenen medien aber einfach nicht in den kram passen dann wurde heute also am 25.07.2021 ein bericht in der tagesschau mit dem titel das kratzt uns nicht veröffentlicht in dem gleichem fett gedruckten eingangstext die vorwürfe beschimpft behindert beworfen quasi erneut als unumstößige tatsachen dargestellt wurden nachdem mir der verlinkte text helfer direkt angegriffen aufgefallen war ging meine vermutung doch tatsächlich in die richtung dass uns dort endlich bild beweise zugänglich gemacht werden doch auch das war ein trugschluss denn der link führte lediglich auf den von mir hier bereits behandelten artikel thw helfer beschimpft und angegriffen man wollte seine eigenen bloßen vermutungen mit diesem link wohl als beweis anführen es ist schon erstaunlich dass heute nahezu alles irgendwie im bild und oft sogar ton festgehalten wird dass zu diesen massiven vorfällen aber kein solches bildmaterial vorgelegt werden kann aber warten wir mal die zeit ab vielleicht faked man ja auch jedoch etwas brauchbares zusammen so lange reichen tagesschau konsumenten offensichtlich der blanke vermutungsjournalismus um die unbewiesenen vorwürfe mit leidenschaftlicher hetze wieder zu keulen und so den urdemokratischen grundsatz in dubio pro reo im zweifel für den angeklagten mit füßen zu treten die tagesschau macht indes unbeirrt weiter und warnte mit bezug auf das bundesinnenministerium vor unseriösen spenden aufrufen anschließend folgt ein absatz der laut der medienaufsicht berlin brandenburg so gar nicht veröffentlicht werden darf schließlich bezieht man sich darauf dass in den sozialen medien zahlreiche spenden aufrufe der querdenker szene kursierten und dass die spenden aufrufe oft mit behauptungen verbunden seien dass bundeswehr und thw nicht ausreichend in den krisenregionen vor ort sein oder die hilfe nur mangelhaft koordinieren würden die tagesschau belässt es aber auch an dieser stelle bei behauptungen und bleibt jeden beweis oder quellen den schuldig es verhält sich wie immer in den letzten jahren man betreibt reinen vermutungs journalismus ohne vorlage von quellen und klaren beweisen die tagesschau bezieht sich weiter auf das ministerium und schreibt dass die behaupteten aktionen darauf abzierten das vertrauen in die staatlichen maßnahmen und strukturen zu beschädigen mein lieber staat und mein liebes ministerium es bedarf überhaupt keine aktion um das vertrauen in die staatlichen maßnahmen und strukturen zu beschädigen denn das erledigt ihr schon von ganz allein ein brutal deutliches beispiel sind eure hochnotpeinlichen pressekonferenzen in der es vor inkompetenz nur so trieft übertroffen wird diese inkompetenz nur noch von einer schier unerträglichen arroganz dem eigentlichen souveränen demokratie den bürgern gegenüber ich empfehle dringend einen blicken das von mir hier per screenshot angezeigte video flutkatastrophe so peinlich redet sich die regierung aus schaut es euch an es ist wie alles was ich hier vorstelle in der video beschreibung verlinkt spätestens nach diesem video sollten eigentlich noch weitere bürger erkennen über welchen status sie in den augen der verantwortlichen wirklich verfügen aber halt auch wenn die behörden dass trotz massiver hinweise versäumt haben die menschen in der katastrophenregion zu warnen um viel tod und leid zu vermeiden so nehmen diese behörden aktuell wieder ihre verpflichtung gegenüber den bürgern war nach wohlgemerkt nach der hochwasserkatastrophe heißt es behörden warnen vor querdenker aktionen das sind doch mal prioritäten die von den behörden in punkto warnungen an die bevölkerung gesetzt werden es ist eigentlich es ist eigentlich kaum zu glauben ich beende einigermaßen fassungslos mit dieser für mich total skurrilen behörden prämisse dieses video und bedanke mich für deinen besuch und wenn du bis hierher geschaut hast quittierst du meine arbeit vielleicht mit einem daumen nach oben oder einem abo mit dem betätigen der glocke wie dem auch sei ich wünsche wie immer allen also ausdrücklich auch den die mir nicht gewogen sind steht eine gute zeit und nur das allerbeste und immer daran denken man schafft es selten alleine aber sehr viel öfter gemeinsam in diesem sinne liebe grüße und vielleicht bis zum nächsten video dein chance